bin tot nach über zwei jahren ist es endlich wieder soweit ich werde endlich wieder minecraft speedrun aber wie ihr schon gesehen habt wird es kein normaler speedrun sondern ein floating island speedrun außerdem bin ich nicht allein ich habe mir nämlich verstärkung dazu geholt können wir aufhören wir haben hier ganz große probleme wir verlieren gleich unseren ganzen stuff bevor das video aber beginnt vergesst nicht meinem neuen discord beizutreten um immer auf dem neuesten stand zu bleiben den link findet ihr in der video beschreibung aber jetzt wünsche ich euch viel spaß ok seid ihr ready das ist der beschissenste start den man haben ja dann habe ich mir ausgesucht also ich bin irgendwo da oben gespawnt ich habe hier den walls bauen gesetzt es geht los in 3 2 1 go 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 ok ich weiß nicht also ich habe mir diesmal den desert scheißdruck ausgesucht weil ich gedacht habe so ja das ist vielleicht ein bisschen schwerer und ich habe mir ein paar gedanken drüber gemacht so wie man dann am besten hier das spielt und dann ist mir aufgefallen man muss einfach ein dorf suchen und tempel ist aber ein dorf ist eigentlich das einzige was man braucht welcher wasserstrahl ist in der nächste schon der hier oder ja der da ich habe neun blöcke ich habe neun blöcke bei mir ist irgendwie unsichtbar klassischer minecraft packt das macht ja eigentlich ich würde mich noch mal ja bro essen verliert man so schnell weißt du okay ich sehe schon aber wir müssen noch weiter gehen irgendwie was willst du jetzt eigentlich ja fall selber den kutscher aber ich sehe schon wir müssen hier noch weiter oder ich kann zum aufhören mich die ganze zeit aus dem scheiß wasserstrahl zu schlagen wenn wir oben sind dann sollten wir ein dorf suchen für den spawnpunkt und generell wo bist du lang gerannt links rum und sobald du da oben bist kacke Junge ich sehe ja gar nichts hier alter dann was machst du komplett falsch bin du bist richtig dennis oh ich sehe ich sehe dorf ich sehe dorf ich sehe dorf süd süd westlich jesus ist genau da können wir vielleicht sogar hinschwimmen also wenn wir hier unten bleiben hier ist ein golem auf jeden fall aber ja holz kriegst du halt einfach nur durch mein chef deswegen haben die eigentlich irgendwas sinnvolles setzt mal ein sparen punkt okay ich habe eine idee xp ich gehe mal hier runter und ich versuche mal das wasser darüber zu dem mein chef zu leiten okay es wird gleich nach das muss nur ein appell und ich habe die patiente schon da gemacht auch was soll das jetzt game war man junge wo habe ich das ist okay in der moment der konspekt gelingt komm schon ja es läuft es läuft ich bin da ich bin bei holz wie viel holz soll ich erst mal mitnehmen das alles ist wie viel holz jungen ist warum gerade möchte ich den kackspinamen ist doch hey weil sie wahrscheinlich im dunkeln stehen okay man kann hier perfekt hochschwimmen das crazy das crazy das ist ja nicht irgendwo wasser im in dem beet kannst du das hier rüber leiten da wurde da wurde mich runter gehauen hast wie setze ich meinen sparen punkt jungs in einem bett einfach braucht so in die minecraft gespielt nach 1 mal das ist das kommt perfekt holi schilder kommt ja 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 geil das heißt wir können ich bin zu fett hier durchzugehen crafting table und tools und dann ich will mal ein bisschen kämpfen kommt ja das wäre wichtig weil der golem der hat seinen eigenen fighter hinten ich will doch einfach nur stein ich halte die skelette vom leipzig probiere ich es ich komme das jetzt aber nach unten was wir da machen weißt du sagt das eine ist schlafen geschickt naja schlafen geschickt er weniger dann hat mich schlafen geschickt alles gut ähm ja am besten ich versuche es mal gibt mir mal drei stein dass ich den golem klatschen kann weil eisen brauchen wir auf jeden fall für den eimer ohne eimer kommen wir nicht in nether wahrscheinlich er hat denn nur noch wie viel hast du fünf oh okay das heißt wir können einen eimer und ich würde sagen zwei schilder machen oder ich überlege gerade mal ob ich zum tempel mal gehe und den einfach loote weil da ist halt auch geil da sind halt auch soll ich eisen mitnehmen ja ja safe 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 wieso habe ich mir keine schaufel gecraftet Junge ich bin so am sand wegschlagen alter ach der tempel ist ja direkt überm dorf okay jungs ich war auch mal die ganzen kisten ab und gucke was ich gleich so rausbekommen und schadet das buch das bringt uns halt recht herzlich wenig ach du kacke ach du kacke war da müll drin hallo snens hallo jungs ich habe glaube ich nennen ich habe vielleicht den lavasee gefunden ist hier ist auf jeden fall ein lavasee ach du kacke ach du kacke ist ja geschändet ist hier irgendwo vier blöcke ne oh ja hier sind vier blöcke ich mach grad so ein scuff das portal das ist crazy Rettungsaktion für die Katz war das und wieder umdrehen digger ich habe ich habe sechs herzen gebrannt okay ich brauche jetzt irgendwas was brennt okay wir hoffen jetzt einfach dass hier ich weiß nicht wie am besten wahrscheinlich so haa actually actually digger okay crazy bist du ready to take off ach du nirgst das gleich ach du das ist klar man hier ich hab nur brot ach du scheiße ey festung direkt festung direkt das ist voll der geile spawn wir haben ja alle biome holy shit ich fahr mal nach unten und bau dann nach oh Gott ich bin fast aus wie sind runtergelaufen ach Danny was kannst du eigentlich ach du kannst du digger ja ich hab ne halbe Weltreise für den scheiß gemacht vielleicht hättest du besser spielen müssen das genug leid hat oh ne aber halbes herz überlebt was hast du da fabriziert alter ja ich bin runtergelenkt das ist crazy ich würde jetzt einfach blazes holen okay ich muss jetzt die beste Digga gibt es ja auch einen fucking spawner der vielleicht mal unterdacht ist hell no Junge hell no wo bin ich hier rein geraten ich bin tot Hölle nein ö ö ö ö irgendwie lebst du nicht ö ö ö oh ne wohin oh hier sind überall schwarze Männer Bro ich sind überall oh da ist ne blaze da ist ein gelber man da ist ein weißer Mann aufpassen aufpassen nicht direkt runter springen wesende hoffen Tipps zu geben okay ich hab die erste Lohre ich will dir doch nur sagen dass du nicht direkt Amikaze machen sollst okay ich hab auf easy ist das alles ein bisschen humaner was ihr hier vorhabt ne nix humaner nix humaner nix humaner ne auf gar keinen Fall ist das einfach auf gar keinen Fall Bro das steht hier überall easy okay okay Jungs difficulty war noch auf hard for some reason ja natürlich war das auf hard wenn wir den Schalsbrüder-Skelett Däunen mit dem neuen Herzen abziehen in der Konsole stand tatsächlich äh easy aber aber soll ich sagen soll ich dir sagen was ich jetzt suche mein Bett dein Bett ne es geht schlafen Bro ich muss jetzt nur noch ah ich muss eigentlich einen Enderman nur killen dass ich weiß wo das End ist komm schon komm schon komm schon komm schon okay ich hab ne Enderperle Jungs ich guck mal wo die hinführt da wo der der Warped Plank ist und werf sie einfach äh okay Nordost muss man gehen ja dabei ist das nicht sogar Nordost was hab ich gesagt Nordost ne mh okay ich renne jetzt einfach mal in die Richtung und guck wie weit ich komm Jungs unser Ort ist so beschissen nein ist er nicht doch ich kann doch in die Luft gejagt hat Bro warum bist du so schlecht aufs Maul du musst doch ich weiß ich bin ganz entspannter an den Kisten und suche einen Kugel Danny jetzt waren richtig am Pop ja das war's das war's das war's das war's das war's game over game over game over game over okay mh ich geh jetzt ganz viel netherrack farmen glaube ich und dann baue ich mich Richtung End ich habe jetzt drei Spitzhacken ich geh jetzt netherrack farmen und dann baue ich mich in die Richtung mir ist grad aufgefallen ich bin sehr viel nach Osten gelaufen und sehr wenig nach Norden also entweder bin ich schon am Endportal vorbei das ist halt einfach nur trial and error was ich hier mache Junge ich weiß gar nicht Alter auch Skelett halt ach es nennts läuft da drüben what the fuck wir sind drei wir sind drei okay ich beeil mich alter hier sind so viele mhm warte noch ne Perle what the fuck das Netz wird einfach von irgendwo abgeschossen kein drop drop okay per big ich hab vier Perlen ich geh dieses Enderman sounds fucking crazy wir können das Boot übrigens auch einmal schlagen mit Anlauf um das in den Enderman reinzuschieben wieder ne Perle Jungs jetzt gehts aber ab alter ich hab fünf Perlen in der Basin wir haben es glaube ich basically jetzt brauchen wir nur noch blazerots Junge ah hier sind drei ähm äh ich brauche eure Hilfe einen blazerot und ich bin dead ey ich seh nen Spawner ich seh nen Spawner okay der Spawner ist der ist hier direkt oh Digger da ist Lava drin selbst willst du jetzt nicht her da sind zwei Spawner ne nebeneinander es kracht es kracht und klappert hab nen Rod nice zwei Rods hab auch ne Rods oh Gott hier sind wieder welche gespawnt Alter die Noten wo spawnen die ja hab zwei Rods wir brauchen nur sieben Stück ne ungefähr ich hab zwei Rods ich hab auch zwei und wir haben noch drei Augen hä das reicht sogar fast wir brauchen noch ein zwei Rods hier ist ein Enderman jetzt im Weg Junge nein oh fuck my life Junge was machst du schon wieder hier ich bin gestorpt und was kannst du hör auf mich zu schlagen bitte ich brauch die Leben ah bitte aber mich schlagen oder was ja weil du schlechter im PvP bist haltes Maul haltes Maul hehehehe los kämpfe mich die Skelette bekriegen sich hehehehe 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 ha 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 easy racked wieso spawnt die denn hier nicht mehr die Pizza jetzt ist was gespawnt wir sind gespawnt ja nämlich in dir meinst du doch ja ja oder so ich hab drei Rods ich komm back ich werd glaub ich nicht back kommen tatsächlich es ist alles so ein Matrix Ass Shit holy shit ich weiß nicht wohin mit mir ich hab mich eingebaut weiß gott wo ich bin ich hab keine Spitzhacke jo 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 was hier los ja sag ich ja das ist mein Zeug ich hab das alles aber ich bin hier problematisch ich hab 6 wirst du hier problematisch siehst du mich nicht hallo wer von der Axt oder so runter ja warte warte eine Axt für dich eine für Danny gib mir mein Schild gib mir mein Schild bitte äh Schild oh warte Schild da wo ich hab zwei Herzen oh wait oh ich könnte einen Run machen soll ich? ja okay warte wenn die Blazer geschossen hat die eine Junge ja rannt um sein Leben nein hier ist zu lauf doch einfach doch ich hab Holz oh ich kann eine craften big das habt ihr euch jetzt gegenseitig getötet weiß ich nicht ich war auch einmal vor mir und ich wollte dir nur einen kleinen Schubser geben einen kleinen Schubser mit der Axt zweimal hintereinander ja let's go wir haben alles wir müssen jetzt nur noch das End finden ich fang schon mal an in die Richtung zu bauen während ihr wenn ihr Holz holt im Notfall holen wir aber noch eine Perle das wird nicht das Problem sein boah wisst ihr wie dumm das ist dass ich gerade alle elf Augen mitgenommen hab ey Jungs ähm penn mal einer danke ja es muss einer von euch penn ich hab keine ich kann mich nicht verteilen ich hab nichts dabei außer die Perlen es muss einer penn gehen ja ich hab auch schon wieder dass du ohne Waffe irgendwo rumläufst mit den ganzen Perlen lass dir einfach an der Kiste nein ich muss doch den Weg finden mit denen ja dann nimm noch eine mit ja das war ja eben das Problem nein wenn die kaputt geht dann brauche ich mehr ja nimm zwei mit ja wenn die beide kaputt gehen brauche ich mehr HÄH DORF ok Jungs ich werde euch nie wieder zu euch kommen yo schick mir den Status mach ich komm 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 mach ich gleich ich muss jetzt erst mal gucken wie ich da hinkomme ok ich bewege mich dann weiter Richtung End ne aber diesmal nehm ich wirklich nicht viele Perlen mit die fehler mach ich nochmal ich nehm drei mit wir müssen in die Richtung ungefähr ich würde erst mal ne Treppe nach oben bauen hm losen bisschen Knie Achtung da kommt ein bisschen haha haha guck mal meine Treppe an bitte ja ich oh nein Stands geh mal in geh mal Bett anklicken mhm aber bei mir ist auf einmal keine fliegende Insel mehr bei mir ist auf einmal keine Floating Isle mehr sondern einfach Meer wenn du sterb so wie du hä hast du nicht ein MLG-Gast hast du nicht ein MLG-Gast was war die Geschichte mit dem MLG ich bin ein Menace ich bin ein Menace mhm Menace im Scheißelaber und hin drauf gehen hm hm es find ich witzig bin tot Wart auf mich Sag doch, dass du das Boot hast Achso, du hast ein Bootsnetz Ja, dann werdet ihr gleich bei mir sein Fahre wir gerade raus Wo bin ich hier gestorben? Ich sehe genau die Stelle, wo ich runtergedroppt bin Junge, das ist so bodenlos Digga, ich bin nach da unten gefallen, Alter Da müsste auch fast das End sein Ich bin neben dem End gestorben Ich bin neben dem End gestorben Ich sehe es, das ist so obvious, dass es das End ist Junge, Danny, das setzt auch du gecheckt sogar Okay, bitte lass die Augen Ich glaube, es liegt alles da Nein Doch Alter, hier ist so viel Eisen, ich gehe kurz Eisen farmen Alles los, Farm Ja, los jetzt, komm Hast du Bett angeklickt? Ich place noch eins dann vorm Ding Ja Gut, gut, gut Komm schon, komm schon Wir müssen ihn jetzt finden im Portalraum Das war das letzte Mal so ein Drama Nee, beim ersten Mal war es ein Drama Kommt Danny ein bisschen schneller Digga, ich habe nur noch drei Herzen Bisschen schneller, ne? Kleine Karte Wirklich Ist das crazy Hier ist ein Skelett Okay Ich habe sieben Pfeile Ich habe null Pfeile Also hier ist ein Pfeil Gerade von wo kommen wir von hier Dann baue ich jetzt hier runter Alter Ich habe keinen Bock dazu Irgend so einen fremden Eingang reinzugehen Junge So, seid ihr ready? Boop, boop Okay, ich habe eine Kiste gefunden Wir sind Ironpick, Junge Die kommt ein bisschen zu spät, Alter Ich habe es, ich habe es Kein Auge Ja, jeder hat jetzt noch ein Auge Warte, 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 warte Ja, okay So, seid ihr ready? Ja Kommt rein, kommt rein 3, 2, 1 3, 2, 1 Okay, achte, wir sind insel, wir sind insel Aber man kann hier runter, man kann hier runter Alter, Wasser ist einfach lila, crazy Ja, so Jungs, ich muss irgendwie hochkommen, ne? Ja, wenn du gehst hoch oder du schießt ab Ich habe halt nur fucking sieben Pfeile, Alter Vielleicht ein Auge hier werfen? Nö Okay, kann ich das noch? Yeah, okay Ich mache es, ich mache es, ich mache es, ich mache es, Gitter No, ich bin kacke Wie kann man die Dinger zur stellen, ohne sich selbst zu schaden? Du musst einfach unten stehen Ich habe so viel gehabt Also du musst einfach, stell dich einfach an die N-Golo-Kante Jungen, ich habe keine Ahnung, wie ich da gestorben bin, oh naja Oh, Junge, jetzt muss ich da immer runterspringen Oh, Allah Ich kann da Wasser hinlassen Ich kann mir mal jemand irgendwie hochverhelfen Mit einem Enderperle Ich habe keine mehr berufen Ah, easy Reicht das Wasser dahin? Ich bin jumpin' run on Ich meine, ich meine beim Spawn Wir schaffen es doch vielleicht noch unter drei Stunden Ich kann echt nicht mehr schießen Okay, doch Doch, ich kann schießen Junge, ich dachte, ich habe gefehlt Wo ist mein Enderperle? Let's go, let's go Okay, ich habe null Pfeile Das heißt jetzt einfach Enderperlen holen, ne? Und hoch tippen und einfach den Block unter dir placen Hallo Ich gehe mal dahin, wo er Slans versucht hat Das Wasser reicht übrigens nicht Also wie Wasser, achso Ist natürlich ein bisschen ungünstig Doch war ich gerade so Was kann ich eigentlich? Aua Aua Wait Aua Ja, ja Jungs, das wird nix Das wird nix Wieso? Okay, wo ist Ding? Ja, weil Ich habe keine Blöcke mehr Danny, ich mache das, alles gut Der Banjo in der Not kommt Irgendwer hatte noch einen Pfeil übrig Und hat es einfach gelogen Ich hatte keinen Ich hatte nur den einfach in einem Moment So Ende im Gelände jetzt Ciao Danny Achtung, MLG Danny Das nennst, da liegt deine Hose Deine neue Was für Hose, Digga Oh Da, wo der Enderman hinguckt ungefähr Ich sehe keine Junge, das bombt ja immer so Hätten MLG gemacht, hätte ich nen Wasserheimer Ach Jungs, das machte Spaß Na, jetzt habe ich da ein Bett hingestellt Jetzt pass auf, jetzt bombe ich den gleich, wenn er da kommt Bombe in meine Fresse So, dann brauchst du einfach den Sneakishen hier Direkt schon beklaust du eins einfach bei allem Junge, das ist schon wieder ein Enderman-Agro auf mich Ach nee Du guckst einfach nicht so careful, weißt du Ey, guck die ganze Zeit nach unten Alter, das Wetter hat abgebaut Ja, das Wetter hat auch abgebaut, eiskalt, Alter Alter, Junge, da kann man ja gar nicht mehr raus Nee, du darfst dir auch ein Drust nicht in sein Gesicht Mag er nicht so Er purged, er purged, Jungs, er purged Jetzt klatschen wir ihn, jetzt klatschen wir ihn Okay, jetzt bombe es ihn, bombe es ihn, bombe es ihn Komm schon Let's go Ach, geil, Alter Ich stelle mich hier schon, naja, tötet euch mal gegenseitig Du kleiner Nopfer, zieh dich Alter Hey, 5er Kaktus Nee, doch nicht Dann